Es lädt und lädt und lädt. Okay, bin da. Irgendwie. Ohne Bild. Es wäre cool, wenn man separat die Schwere-Dienst-Schwierigkeitsgrad Hättest du es gerne ein bisschen höher? Ja, immer. Das ist mir ein bisschen zu hoch. Ich würde hier einfach gerne rumlaufen, einfach so und die Gegend erkunden. Ohne, dass mir die Zombies halt auf die Nerven gehen dabei. So, wir sind hier jetzt auf der Farm von The Walking Dead. Total geklaut. Nein. Wo können wir hier lang? Der hat keine Beine mehr. Immer wieder rauszoomen. Ja, ich müsste mal langsam wieder was trinken. Aber irgendwie ist es dabei. Aha, haben wir auch Helme auf. Ja, die können wir dann tragen. Oder? Moment. Helme? Helm, Helm, Helm. Hier. Wir können den auswählen und selber tragen. Jetzt, wenn man einen davon besiegt hat, oder wie? Du hast den Helm doch im Inventar. Du kannst ihn auswählen und selber tragen. Das war ja wie im ersten Teil. Ja, wie du hast ja gesagt, der hat einen Helm auf, oder? Der Gegner, der Zombie hat einen Helm auf. Ja, hast du den nicht aufgesammelt, den Helm, oder? War da keiner? Wurde mir nicht angezeigt. Okay. Ist ja wie im ersten Teil halt, ne? Wenn man die Helme oder so von den Gegnern einsammelt, dann kann man die auch selber verwenden. Ja, jetzt habe ich einen. Jetzt habe ich einen gefunden. Okay. Also, da war kein Weg. Wir müssen hier oben entlang. Ah, alles klärchen. Gut zu wissen. Und hier ist auch kein Weg, oder? Ja, auch hier rüber. Also, ab nach unten. Rechts lang, oder? Wohin am Ende? Finde ich gut, dass man hier auch dauerhaft sprinten kann und nicht so einen Sprintschub nur hat wie beim ersten Teil. Äh, ne, das liegt ja an der Ausdauer. Guck mal oben. Ja, klar. Aber beim ersten Teil ging das ja nur, dass du so einen kurzen Sprintschub hattest. Ich habe es ja nicht langgezockt. Hm. Deswegen weiß ich nicht, ob man das an Upgraden kommt dann im Nachhinein. Ich habe gerade eine Missgabel, vorhin eine Missgabel aufgesammelt. Ich habe auch eine. Kann man als Waffe verwenden, ja? Brauche ich aber nicht, glaube ich. Heilung! Meine Fresse! Mach Sinn da! Tot? Stirb nicht. Nein, ich habe gesagt, geh tot. Dann gehst du mal. Rostige Missgabel, voll viel Geld gefunden. Brauche ich nicht. Hey! Ja, ich wollte doch nur, ich meinte, ich will. Ach, egal. Irgendwas in der Arme. Also, wir müssen dann vorne über die Rampe gehen, so wie es aussieht. Ist das so, ja? Ja. Ich mag aber nicht. Bin auf der Kuh drauf gewesen. Muku! Rinderwahn. Hast du was zu trinken dabei? Ähm, einen kurzen Augenblick. Wasserflasche, habe ich. Nur eine, oder wie viele? Dwo. Komm mal näher. Moment. Wird nichts angezeigt. Ach, jetzt. Hä? Wird nichts angezeigt, Waffe. Nochmal rausgehen. So. Ja, jetzt geht's. Ah, ich kann ja wählen. Ein oder zwei. Danke. Dankeschön. Mal gucken, wie viel das bringt. Oh, ich muss auch. Oh, ja, das bringt sehr viel, ja. Das war gut. 100 Prozent. Ah, Schokoriegel essen, kriegt man Durst. Okay. Ja, wegen dem Zucker, oder wieso? Scheinbar. Das bringt wieder 10 Prozent weniger. Ah, und ich habe gerade gesehen, man kann seine Waffen upgraden. Moment, ich gehe jetzt mal runter auf die Mahide. Ähm. Hier wird angezeigt, Anpassungsinterface und so weiter. Ah, man kann die Mahide sogar ansehen. Und da wird angezeigt, was sie macht, wie viele Punkte und so weiter. Moment, nochmal draufklicken. Aber ich habe hier nichts zum Upgraden, nee. Naja, egal. Ach, hier wird der Vogel angezeigt. Vogel? Guck mal, bei Ausrüstung. Oben in der linken Seite. Moment. Unter dem, ähm... Ach ja, ich sehe es. ...Balken für Hunger. Ja. Also, wir haben das Haus gefunden. Wir müssen halt nur noch einen Eingang suchen. Ich denke mal auf der anderen Seite, oder? Ja, hier. Moment. Okay, wir müssen mit jemandem reden. Dann dürften hier normalerweise keine Zombies sein. Da vorne ist einer. Ich glaube, das ist sogar der Typ. Ja. Schlüssel zum... Ich habe Schlüssel zum Garten gefunden. Ja, nee, das war hier bei dem hier. Wir müssen die, ähm... ...die Zombies töten. Im Garten, oder so, ne? Wo ist denn der Garten? Allgemein schon 30 Gegner müssen wir töten. Ah, hier bei mir. Moment. Ich habe die Tür aufgemacht zum Garten. Hä? Ja, der hat uns eine Kiege gegeben zum Garten. Guck mal hier unten, wie viele hier sind. Ah, guck mal, ich will das überleben. Verdammt. Ja, wir sollten in der Nähe bleiben, oder? Also, du solltest bei mir bleiben. Kriegst du dich? Kriegst du dich? Camper. Du machst es hier ganz einfach. Muss diejenige gerade sagen, die sofort aus Autos flüchtet. Nein, nein, nein. Ich wollte nur gucken, ob das geht. Ich kann jetzt alles meine Pfeile wieder einsammeln. Deswegen ist das gut. Ah, ist doch viel zu einfach. Langweilig. Mit G. Ja. Kann ich reden. Ist ja gut, ich wechsel zum Mahefe. Aha, der rennt da weg. Nein, nein, nein. Meine Ausdauer war leer. Oh, 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 oh. Was soll denn hier laus? Ich habe hier noch ein paar Pfeile ausgesammelt. Ich werde die dann nachher in die Truhe reinpacken. Was macht der denn da? Der mit dem Arm? Und der hat sich gerade gedreht gehabt. Ach, wir bringen einfach alle um. Was ist denn das hier für ein Garten? Ein großer? Okay, nee, hier ist Ende. Hier liegt ein Haufen Scheiße. Ja, wie bei Ark. Überall Kot. Ist doch kacke. So, hier wird der Reingang. Ich gehe nach oben. Ja, wir müssen eh dahin, ne? Ist das so? Ja. Guck mal, wo liegen denn die Sachen hier? Ach, wie kann es mir machen? Auf dem Balkon. Eine Rauchen, oder wie? Mit Frischalus tanken. Ist miefig hier drin. Miefig. So, ich glaube, wir haben sogar alles. Genau, dann können wir wieder runtergehen. Wieder mit dem Reden. Ach, wir können sogar wieder zurück. Aber wir können uns ja erstmal hier umgucken. Gucken, ob hier noch irgendwas liegt, was wir mitnehmen können. Deswegen ja. Ich gucke mich mal links weiter um. Naja. Hier auf der anderen Seite. Naja, sieht relativ leer aus, ne? Ja, aber Heilpflanzen liegen hier. Zwei gefunden. Okay. Die werden von Bedeutung sein. Ja, ist gut. Das garantiere ich Ihnen. Ihr könnt ja wieder zurück. Ach, ne, kann man ja gar nicht. Ich gehe wieder zurück. Also in das Camp. Okay. Ja, einmal drüber gesprungen. Da kann man jetzt auch nicht mehr raus hier. Meinst du, ähm, bei der Farm? In das andere Gebiet, oder? Okay. Genau. Das muss doch gehen. Ich gucke gleich mal, ob das geht mit dem Schwierigkeitsgrad. Ja, dann würdest du das alleine machen, ne? Nein. Doch. Mach ich aber nicht. Das will ich damit sagen. Ja. Wenn das nicht anders geht, wenn es nur so geht, dann mache ich das nicht. Moment, ich muss mal kurz mit dem reden. Findet den alten Trapper und rede mit ihm. Wo soll der sein? Hier in unserem Gebiet? Bestimmt. Ähm... Moment, das Camp können wir erstmal aufleveln. Ich habe noch ein paar Punkte. So, Level 6. Wo hast du denn gesehen, dass man die Machete leveln kann? Ja, du klickst auf der Seite. Na, da sind ja diese drei Balken. Nehm den Sachen. Kannst du da draufdrücken. Moment, ja. Dann wird halt angezeigt. Wegwerfen. Abgeben. Oder anpassen. Alles klar. Das ist Bescheid. Dankeschön. So, Charakter noch aufleveln. Und mal gucken, ob wir irgendwas bauen können für unser Camp. Wir brauchen ja Barrikaden. Rostige Missgabe. Mal 6. Was passiert da, wenn ich... Ah, ich kann's nur objekt löschen. Habe ich jetzt eine Truhe gebaut? Nein, Holzbarrikade. Ich muss ja sein können, dass man zerstören kann. Meinst du, um Materialien daraus zu bekommen, ne? Richtig. Richtig. So, die Mauer mal weiterbauen. Sie baut deine Mauer. Bis nach Mexiko. Mal wieder. Wie, kein Platz hier. Wo kann die hin? Meinst du, wird es später möglich sein, Sachen zu verkaufen? Bestimmt, ne? Wenn man ja... Das ist eine sehr, sehr gute Frage, ob es hier Händler gibt oder so. Keine Ahnung, ne? Ecke auch nicht. Und die Quest, die ist wohl hier oben, so wie es aussieht. Moment. Ich bin grad so blöd, den Ausgang zu finden. Ach, die Mistgabel, die kann weg. Genau, wir brauchen keine. Das kann zweimal da rein. So. Geld kann auch rüber. Ich pack dir den, ähm, den Pfeil da rein. So, was haben wir denn hier noch? Okay, kurz auf die Karte gucken. Das wäre dann irgendwo da oben. Oh, bitte lass nicht, äh, die Sachen alle verschwinden, ne? Was für Sachen denn? Die Sachen, die ich halt eben jetzt, äh, wieder reinpacke. Ja, da ging doch nur die, die Heilpflanze weg, oder? Das Heilkraut. Gerade eben. Ich möchte aber nicht, dass es halt noch weggeht. Da war ein Hase. Ein Hoppelhase. Ich brauch Fell. Kommen sie mit. Na, was haben wir denn hier? Mit etwas Übungen solltest du das, wolltest du das Ding zu klacken sein. Wie machst du das denn? Freigeschaltet. Wie denn? Ja, Kreis und dann auf, äh, warte, wo war das? Allgemein, nein. Fertigkeiten. Ja. Und dann ist, unter besondere Fähigkeiten. Geschickte Finger. Ich guck mir das nachher an. Hier sind im Moment gerade zu viele Gegner. Ja? Ja. Ich guck's. Untertitelung des ZDF, 2020